Ist das nur ne Jagd mit nem anderen Monster? Warte mal. Steffi! Steffi! Geht denn irgendwas? Bei mir nicht. Ja. Bei mir nicht. Halt doch mal die Kamera! Lol. Wir haben uns voll ausgeräumt. Lol, alter, gut programmiert wieder. Richtig gut programmiert. Wieso? Er hat auf Englisch grad irgendwas geredet. Ja, bei mir steht jetzt einfach aktuelles Ziel. Add UI-Deepist-Dark-Hase-1. Alles klar. Er hat irgendwas zuher geredet, was er jetzt nicht ganz so stellen konnte. Er hat irgendwas zu dieser Map auf jeden Fall erklärt. Ja, aber das haben Grants natürlich nicht gehört. Bei mir war das ganz normale Intro, ohne dass jemand halt gelabert hat. Ja, genau. Wahrscheinlich, weil ihr es auf Deutsch habt, wieder mal. Das ist so schlecht. Ja, wir haben es ja auch auf Deutsch. Ja, dann ganz sicher daran. Ja, das weiß man ja vorher nicht. Ah! Mir eh nicht, aber ich sag ihn noch. Der sagt die ganze Zeit irgendwas voll laut in der epischen Stimme. Oh, okay. The innocent beasts of the land. Blablabla. Ähm. Hier sind voll viele riesen Viecher. Ich glaub, du musst mal erzählen. Ich geh nicht und voll. Oh Gott, ich hasse diese Map jetzt schon. Aber es ist cool, wie dunkel das ist. Ja. Oh Gott. Aber das wirkt irgendwie wie sowas, dass sie fast zu Halloween hätten releasen sollen. Ja, stimmt. Das hätte gut gepasst. Da ist sie. Okay, ich bin bei dir Grants, also in der Nähe. Ich weiß nicht, wo die Original Gorgone ist. Das war ja nur so ein Doppelgänger. Ach, da oben hockt sie. Also irgendwas mit Schmerz und dass wir die Königin finden sollen. UI unterstrich Klaas unterstrich Monster Deepest Dark. Ja. Oh, nice. Vielleicht ist es deswegen nur in der Koop-Version, weil es noch sowas wie eine Beta von dem Modus ist oder so. Aber komm, zumindest diese Bezeichnungen hätte man doch einfügen können schon mal. Und man hätte auch einfach mal... Wir sollten die Eier zerstören, glaub ich. Was, was heißt denn, was heißt denn Beta? Man kann doch einfach mal was beenden, bevor man zuließ. Oh. Das ist jetzt... Das wäre doch mal eine Sache, oder? Ich weiß ja nicht. Das ist jetzt nur so... Das wäre so mein Anspruch für ein Spiel. So eine Sache auch. Das muss ja nicht wirklich so sein. Ja, der ist wirklich so, wie die Eier zerstören! Ja, der ist wirklich so, wie die Eier zerstören! Fuck! Naja, hier kommen die ganze Zeit schon bei welcher. Fuck, wie die Eier zerstören! Ja, weil sie die Eier nicht zerstören! Ja, ich hab's ja alle zerstört. Ja, ich hab, ich hab doch überall... Ich hab das nicht gecheckt, aber das war alles. Das ging, glaub ich, zu schnell jetzt. Aber die haben nicht so viel Leben, oder? Nee. Gott, ich hab überall Bots dran gestellt, Mann. Die wurden alle zerstört da. Ja, ich glaub, den Großen haben wir eh geschafft. Aber irgendwas ist lustig. Die Königin ist hier lang. Ich glaub, sie ist Evolve, wenn ich das grad richtig gedeutet hab. Naja, sie leckt ihre Wunden irgendwie. Ja, und dann irgendwas, was ich wieder nicht verstanden hab. Ja. Eww, spinn wir eben. Irgendwas continuous? Ja, der Kreislauf von ihr. Ich hab grad irgendwie einen komischen Musiksauss. Also, sozusagen der Kreislauf des... Keine Ahnung. Der Kreislauf des Lebens. Ja, hier sind wir wieder, hier sind wir wieder Eier. Aber die können wir nicht, oder? Ne, man kann sie zerstören, aber... Irgendwie ist das cool. Ihr müsstest das echt auf Englisch spielen. Ich hör halt Musik immer wieder im Hintergrund. Ja, ja, absolut. So ein bisschen so epische Musik. Da drüben sind Eier, die wir zerstören müssen. Der redet ja normalerweise. Ja, hier ist auch schon eine gekommen. Eine kleine Gorgone. Ihr müsst jetzt das fast auf Englisch stemmt und nochmal spielen. Oh Gott! Wieder eine Gorgone. Oh shit. Aha, ein anderes Ei. Noch ein Ei. Hey, Daydream. Die ist schon länger, oder? Die ist schon länger hier. Ich weiß, ich hab's jetzt erst gemeint. Jetzt kontinuiert schon wieder irgendwas. Ja, da hinten ist da neue Eier. Ja, die legt halt immer wieder neue. Es ist sowas wie, keine Ahnung, so ein Zombie-Modus nur mit Gorgonen. Irgendwie finde ich das cool. Die ist wahrscheinlich irgendwie befruchtet worden, jetzt legt sie überall ihre tausend Eier ab. Widerlich. Haben wir jetzt alle? Nein. Nee, da oben ist noch was. Ach, da ist sie wieder selbst. Okay. Wo ist sie? Hier. Hello, Migrants. Ich weiß noch nicht, was ich das bringen soll, was ich das mache, aber... Deepest Dark L wie... LWR. Ja, okay. Ih, das ist... Gott! Oh Gott, wir sind ab. Scheiße. Warum ist jetzt so ein... Achso, weil sie am Haken hängen. Ich wollte grad fragen, warum... Aber... Aber es ist tatsächlich mal kreativer für Evolve als sonst, was sie machen. Ja, das finde ich auch. Könnten sie das nicht irgendwie wirklich zu Halloween irgendwie releasen könnte? Vielleicht wollen sie das auch zu Halloween releasen. Das meine ich. Weil das... Das wirkt noch nicht so ganz fertig. Ach... Wie kommst du drauf? Vielleicht der... Etui... Gras... Monster... Deepest Dark LWR? Warte mal. Ich dachte, das ist ihr richtiger Name. So heißt sie. Vielleicht heißt sie einfach so und den mobbt sie die ganze Zeit. Ja, echt, ey. Das ist die Cyber-Gorgone. Gleichberechtigung für alle. Komm her! Exi, sag doch einfach, was es ist. Nein, nein, nein! Ja! Hilfe! Ja, ich versuch sie... Ich versuch grad die Gorgone zu treffen, Exi. Du musst schon... Du musst schon sagen, wie es ein Echtiges ist. Wir sind Gorgonen! Achso, ja! Ich wollte die große Miererleute jagen. Ich wollte die große Miererleute jagen. Ihr seid nie für Bobs! Ja, wir wollen halt vielleicht das Spannende jagen. Ja, wir wollen halt vielleicht das Spannende jagen. Ich wollte euch Baggen Gorgonen zeigen und ihr... Ihr tut sowas. Ja, wir kämpfen gegen die Riesen-Gorgone. Oder besser gesagt gegen die Violette. Oder besser gesagt gegen die Violette. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt wirklich die Stimmen... Also irgendwie aktivieren. Oder die sollten das auf Deutsch auch mal... Ja, oder die hätten sie auch einfach so einstellen können, dass jeder halt dann einfach die englischen Stimmen kriegt. Also besser als gar nichts, ja auf jeden Fall. Ja. Ja, das stimmt. Alter, die ist voll klug. Total. Ich mein, die haut dauernd meine Harpune weg. Ja, die macht auch immer meine Dinger kaputt. Das nervt ein bisschen. Das ist auf jeden Fall schlauer als die meisten in unserem Meilen. Naja, das stimmt. Das ist die End. Ach komm, grad wo ich dann noch da hinwerf. The last battle, finally. Hau es jetzt doch wieder ab, oder? Oh, es kommt wieder ab, oder? Host of Evil? Aha. Diablo. Hallo. Oh, Fall. Jetzt kommt irgendwas mit Host of Evil scheinbar, keine Ahnung. Ja, ich glaub, damit ist die Corona gemeint. Ja, ich hör noch manchmal so ein bisschen Musik. Die hätten ruhig mehr Musik einbringen können, dann hätte das wesentlich eine klinge Atmosphäre gegeben. Die Musik ist so das Hintergrundmusik, wenn er redet. Ja. Das hört sie anscheinend. Ja, das hören wir. Wow, nein. Was er sagt nicht. Man hätte allgemein einfach, man hätte das ja ruhig so mehr, so filmmäßig machen können, mit mehr Musik oder sowas, dann wär's ja auch von der Atmosphäre cool. Ich mein, wenn schon, dann auch mal richtig. Pass mit, also es hat auf jeden Fall etwas Atmosphärisches, wenn er redet. Ja, es kommt auf jeden Fall immer so mal ein bisschen Musik, immer nur so ansatzweise, und dann denk ich mir so, ja dann mach da einfach mal weiter, aber das macht's nicht. Ihhh, hier sind noch Eier. Wow, der Krügel. Ich glaub, das sind alles schwache Stufe 1 Gorgone und das ist eine starke Stufe 3 Gorgone. Oh, Aua. Versuch mal die ganzen Eier hier fertig zum Beispiel. Boah, die ganze Seuche hier auch überall. Das ist die Geisterfalle. Wird jetzt zur Gorgonfalle. Ey, lass Exe doch mal. Weiß ich. Warum geht das nicht kaputt? Ah, jetzt endlich. Und ich hab eigentlich, ich hab eigentlich versucht den Großteil der Eier kaputt zu machen. Oh nein, da hinten sind immer noch welche. Okay, ich mach mal die ganzen Eier kaputt. Alles klar? Kannst du mal richtig blocken? Ich bin tot, super. Was macht der denn da? Er blockt mich die ganze Zeit. Ich hab dich. Ja, Grands hat das ganze Zeit geblockt. Wer ich? Ja, du, du standst direkt vor dir und ich wollte an dir vorbeilaufen. Ach so, sag das doch. Du stehst da echt. Ich sag doch block mich sehr. Ja, das können aber an drei Leute gerichtet sein. Da fühl ich mich doch nicht angesprochen. Hä? Nein, ich mach hier nur die Eier kaputt. Ich mach hier nichts. So, wir haben es. Wir haben die Gorgonen-Königin. Ich werd immer noch geschlagen. Ihre Kinder waren noch gar nicht down. Ich auch. Egal, wir haben gewonnen so. Die Kinder sind nicht so wichtig. Ach so, okay. Die waren eh schwach.